hallo liebe zuschauer same procedures every week der nächste tipp der woche steht an und dieses mal schauen wir auf eine aktie die am freitag zahlen veröffentlicht hat bemerkenswert stabile solide zahlen und zwar der it-dienstleister bechtle heute dann haug mit einem komplement an das unternehmen das kursziel von 37 auf 54 euro angehoben eben aufgrund der starken stellung die die zahlen eben demonstrieren ja und die aktie entwickelt sich sehr positiv wie gesagt sehr stark natürlich nach den zahlen gestiegen am freitag heute trotzdem leichte zuwächse und wir sehen dass wir heranlaufen an einen wichtigen widerstand im bereich 44 euro das sind noch nicht so viel prozent aber und da schauen wir uns im nächsten chart an sollten wir auch diese hürde meistern wunderbar also hier haben wir diesen widerstand schlecht eingezeichnet dann wartet hier das 22 hoch im bereich 46 47 euro und dann geht es erstmal wieder weit über 50 hinaus das ist natürlich jetzt nicht auf sicht der nächsten wochen das müssen die nächsten quartalszahlen dann liefern die impulse damit die aktie auch dahin geht aber hier liegt das kursziel eben von haug aufhäuser und ja warum nicht bewertung ist moderat das wachstum ist einigermaßen solide so um die sechs prozent etwas mehr als sechs prozent jahresziele bestätigt also schaut so schlecht nicht aus deswegen ein turbo bull von der hvb die hb 7 q 54 kostet 1 49 hat ein hebel von 3,1 und den stoppkurs den platzieren wir bei einem euro 25 vergangene woche hatten wir k plus s als trading der oder als tipp der woche sie sehen es eigentlich nichts passiert hier da war die empfehlung in dem bereich also da sind wir jetzt auch wieder gelandet entsprechend die das produkt rückläufig gab in der zwischenzeit ganz positive kommentare auch von seiten der analysten jetzt kommt es halt darauf an dass wir hier den bereich um 18 50 etwa überwinden und damit den weg freiräumen bis zur 200 tage linie bzw dann hier an den widerstandsbereich um 20 euro das ist unser zielaufsicht der nächsten wochen und deswegen würden wir auch hier weiter investiert bleiben bei diesem turbo bull option scheint bei der hb 255 w etwas im minus 7 prozent etwa auch das natürlich sehr schnell aufgeholt wenn die aktie sich mal jetzt langsam in bewegung setzen würde das potenzial ist auf jeden fall da haben wir auch zuletzt mal im heft gehabt also da ist durchaus fantasie drin und mit einem turbo bull könnte man natürlich auch noch mehr rausholen das war schon wieder für diese woche ich wünsche ihnen viel erfolg mit den tipps und würde mich freuen wenn sie in einer woche wieder einschalten auf wiedersehen